Das ist privat eigentlich. Also auf Tinder würde ich kein Date mit dem Song haben. Ja, ja, eh nicht. Da freut man sich, wenn es wieder vorbei ist. Moin zusammen und Moin Wanda. Manu und Christian sind bei uns. Hallo. Hallo, grüß dich. Wir wollen ein kleines Spiel zusammenspielen und zwar Song-Tindern. Das Prinzip von Tinder ist euch bekannt, kennt ihr? So haben wir uns kennengelernt. Witzig, es hat schon mal eine Band. Wir spielen es aber nicht mit Personen, sondern mit Songs. Und ich würde euch bitten, wenn ihr einen Song mögt, den ich euch gleich vorspiele, dann wischt ihn gerne auf das grüne Herz. Das befindet sich hier. Und wenn ihr den Song nicht mögt, ab damit auf das rote X. Ich bin extrem krantig heute. Dann fangen wir an mit dem ersten Song. Das ist der hier. Back damit. Ziemlich weg, ja. Ja. Es ist Raph Camorra mit Primo. Kennt ihr? Ja. Die kommen auch von... Oterkring, glaube ich. Das ist ein Wiener. Der ist ein cooler Typ, ja. Ja. Aber musikalisch nicht so. Ja. Am Samstag höre ich sehr Hip-Hop. Ja, ich höre eher weniger Rap, ja. Bei ihm und auch in seiner Musik spielen Statussymbole eine unfassbar große Rolle. Also da geht es um Maseratis, um Gucci-Schuhe und Gucci-Klamotten und so weiter. Er kann sich das auch leisten im Vergleich zu uns, glaube ich. Gibt es bei euch denn auch Statussymbole, wo ihr sagt, die sind uns persönlich wichtig? Ja, wir freuen uns, wenn wir uns eine angenehme Wohnung leisten können. Das muss dann reichen, das ist sozusagen das Solide-Statussymbole. Das ist ja schon mal sehr viel wert, finde ich. Absolut. Ich glaube, für eine Wohnung reicht es bei ihm wahrscheinlich auch. Aber gäbe es noch einen Luxus-Gegenstand, wo ihr sagt, da will ich... Quälschte Ray-Ban-Brillen. Wie teuer war die? Ich habe es gestohlen von irgendjemandem. Der nächste Song für euch ist der hier. Madonna, Like a Virgin. Ah, ich glaube, das ist Michael Jackson. Wenn er ganz hoch singt, dann kommt er da auch. Okay, ja gut. Ist das nicht von Prinz auch? Der hat ja das alles geschrieben, oder? Aber gut, ja? Ja. Ist ein Lied. Ist ein Lied. Gutes Lied. Das können wir schon mal festhalten. Wenn ich von euch Kairo Downtown höre und die ersten Takte davon höre, dann denke ich jedes Mal, es ist Madonna mit Like a Virgin. Und es ist nicht genau so, aber ich denke es doch jedes Mal. Der wohlen Finder. Ja. Jetzt ist die Frage... Bisschen Billie Jean vielleicht noch und dann... Wer hat auf dem Hinweg ins Studio Madonna und Like a Virgin gehört und hat das vielleicht sich inspirieren lassen für diesen Basslauf am Anfang? Ah, Bass... Von wem haben wir denn das gekauftes Lied für den 80er Jahre Studioproduzenten? Ja, ja. Ja. Es war einfach teuer für das, dass das kein Hit ist. War das nicht von William Talent? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war der Wilhelm Talent. Kann sein. Locken. Locken. Halt mir fest, Madonna mögt ihr auf jeden Fall schon mal. Dann gucken, was ihr zu dem Song hier sagt. Das ist David Guetta, also der DJ. Ich glaube mit Sia. Die deine Orgenstimme. Das ist Sia, glaube ich, die es singt. Flames heißt der Song. Das fand ich einfach zu hysterisch. Zu hysterisch? Also zu... Du meinst, wenn man noch extra zeigen muss, was die Stimme noch kann, so nach dem Motto? Weiß ich doch, also... Es gefällt mir einfach nicht, dass auf Tinder würde ich kein Date mit dem Song haben. Jaja, eh nicht, ja. Das freut man sich, wenn es wieder vorbei ist. Könntet ihr euch mit dem Gedanken anfreunden, in irgendeiner Weise Popstars zu sein? Sowas? Sowas zu... Gar nicht unbedingt, dass ihr deswegen sowas machen müsst, aber einfach, sag ich mal, den gleichen Status von Prominenz, von, wie soll ich das sagen, von Popstars ansehen zu haben. Wenn es dementsprechend bezahlt ist. Aber das muss sich schon lohnen halt. Ja. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Und ich bin nicht so schnell im Denken, dass ich das jetzt nachholen kann. Deswegen... Das ist okay. Ich glaube, wir sind nicht fesch genug. Vor allem. Um Popstars zu sein? Meint ihr wirklich? Du musst dir halt, du musst dir halt das Hirn raus operieren. So was machen das kann ich gar nicht. Glaubt ihr das, dass die meisten Popstars nicht so viel da oben hätten oder da oben haben? Oder die Bereitschaft einfach... Ah, ich glaube... Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss schon sehr gewillt sein und fähig sein. Auch mental, ja. Auch medizinisch. Dass man das irgendwie drückt. Mhm. Ja. Aber... Ich weiß nicht, da würde es mich mehr interessieren, irgendwie Landschaftsplaner oder irgend sowas zu sein. Das wäre... Als jetzt Popstar. Also jetzt, wenn wir darüber reden, also nein, ich könnte es mir nicht vorstellen eigentlich. Der nächste Song für euch ist der hier. Das ging schnell. Die Beatles, logischerweise. Kann man nichts mit falsch machen oder kann man theoretisch mit falschen... Ah, das waren die Beatles. Was dachtet ihr? Ich habe doch zwei die Kings von der Sicht. Das ist ja nicht von uns. Wir haben das jetzt immer gespielt letztes Jahr. Ihr habt das gespielt? Ja. Und dir ist entgangen, dass ihr diesen Song doch nicht geschrieben habt? Ich schaue meistens nicht darauf, wer was schreibt, so. Also ich bin beschäftigt mit den Akkorden halt, so. Okay, aber sag ich mal, Beatles, kann man nichts mit falsch machen grundsätzlich oder... Weniger als mit jetzt David Guetta und Sia auf jeden Fall, muss man sagen. Aber sonst prinzipiell auf jeder... David Bowie meinte mal, es gibt nur zwei Bands, die kein einziges schlechtes Lied haben. Und das wären die Beatles und die Kings. Und das waren die Beatles, ja. Gehe ich gerne auf den Tinder date mit. Der nächste Song für euch ist der hier. Das ging auch schnell. Das ist Thulen von Udo Jürgens, ja. Ja. Ihr habt ihn als Support-Band auch dabei gehabt bei euren Konzerten. Nach welchen Kriterien sucht ihr jemanden aus, der bei euch mitspielt? Er hat Freunde, in erster Linie ist ein Freund. Mhm. Und macht gute Musik, ja. Wir schätzen auch sehr seine Musik, ja. Wir sind einfach gute Lieder. Mhm. Wir sind gute Geschichtenerzähler. Ja. Bei Thulen zum Beispiel. Spannend. Es ist sehr schön. Es hat halt was Echtes einfach. Seine Jugend, wie er aufgewachsen ist. Einen hab ich noch für euch. Und das ist dieser Song. Kennt ihr es noch? Ich so, ja. Aber das... Ein Herz? Also vor 15 Jahren lief das irgendwie auf und runter. Damals war es ein bisschen so nervig schon, weil es halt ständig lief. Aber das Gitarren-Riff ist von den Retta Chili Peppers und deswegen grünes Herz. Es war Crazy Town mit Butterfly, also klassisches One-Hit-Wonder eigentlich. Und das war eine, ich glaub, eine Demo-Version von den 80er-Songs von den Chili Peppers, das sie ihnen geschenkt haben oder verkauft, weiß ich nicht. War ein ganz gutes Geschenk. Gibt's bei euch jemanden im Tourbus oder wenn ihr euch irgendwo trefft auf einer Party oder so, der dann immer irgendwann anfängt, selbst aufzulegen und Musik aufzulegen und dann auch mal solche Dinger dazwischen hat? So, sag ich mal, Songs, die irgendwie existieren und die irgendwie auch ganz cool sind? Das ist halt schon was, das ist privat eigentlich. Ja, Songs, die kein Mensch sonst hören darf. Wir haben einmal gehört vom Santana jetzt, wie heißt's? Samba Badia? Smooth, das Criminal. Nee, nicht Criminal. Nee, nicht Criminal. Das war hängen geblieben. Den haben wir dann alle mitgesungen auf einmal, das war lustig. Also das wär so ein Song, der catcht dann doch. Genau, aber ist halt auch einfach ein gutes Lied. Dann sag ich ganz herzlichen Dank für Songtindern. Danke. Danke.